Wenn wir die Beziehung nicht öffnen, dann bin ich weg. Das ist keine Verhandlung. Warum willst du diese eine Sache? Und wenn wir herausfinden, was ist das wahre Bedürfnis, dann brauchen wir in einer Beziehung auch keine Bedingungen mehr stellen. Wir ticken Männer in einer Verhandlung und das müssen wir Frauen wissen, weil es ist nun mal so, dass in gewissen Positionen, auch in der Beziehung, wenn wir nicht verstehen, wie das andere Geschlecht tickt, also wie es verhandelt, dann werden wir immer großteil verzichten. Frauen sowohl als auch Männer stehen vor dem Dilemma, nicht verhandeln zu wollen, weil sie Angst vor der Beziehung zu der anderen Person haben, dass sie danach nicht mehr so gut ist. Darum geht es am Ende des Tages, geile Beziehung zu haben, geiles Umfeld zu haben. Und ich bin dafür verantwortlich, nur ich. Das ist so eine Technik, die du sagst, die wendest du gerne an. Das ist die einzige Technik und wo ich jeden bitten würde, die wirklich auch zu lernen. Meine Freunde der Freiheit, in zwei Wochen gibt es hier die 300. Episode Chainless Life, dein Podcast für ein freies, selbstbestimmtes Leben. Und das möchte ich zusammen mit euch feiern und dir jetzt die Möglichkeit geben, mir eine ganz persönliche Frage zu stellen für diese 300. Episode. Du hast dafür zwei Möglichkeiten. Entweder du benutzt die neue Spotify-Funktion und stellst deine Frage dort direkt an mich oder du schreibst mir eine etwas längere DM auf meinem Instagram-Account. Alle Fragen sind gerne willkommen, sowohl persönliche als auch allgemeine Fragen. Ich werde versuchen, so viele Fragen wie möglich zu beantworten und auch so echt und ehrlich wie möglich zu antworten, weil dafür steht dieser Chainless Life Podcast jetzt hier schon seit fast sechs Jahren. Gespräche, die bewegen, über den Tellerrand hinaus zu schauen und sich auch nicht zu verstecken, nicht perfekt zu sein, nichts zu skripten. Und wenn du da Bock hast, mich ein bisschen zu challengen, mich aus der Reserve zu locken, würde es mich super freuen, über eine Frage über die Spotify-Funktion oder einer DM per Instagram. So, und jetzt geht's los mit der Folge. Viel Spaß. Wann warst du das letzte Mal in einer Verhandlung? Für die meisten kommt jetzt wahrscheinlich das Offensichtliche hoch. Den Arbeitsvertrag oder den Lohn mit dem Arbeitgeber oder das Souvenir, das man noch ein paar Euro runterdrücken wollte im letzten Urlaub. Unsere heutige Expertin Susanne Kaiser wird dir aber erklären, dass du dich viel öfter in Verhandlungen wiederfindest, als du es glaubst, vielleicht sogar täglich und wird dir heute auch erklären, wie dir dieses Bewusstsein helfen wird, ein freieres Leben für dich zu kreieren. Ein Leben, in dem du nämlich verstehst, dass es bei Verhandlungen nicht um Bedingungen, sondern um Bedürfnisse geht. Sie wird dir außerdem erklären, warum es nicht um Techniken und Methoden geht, wenn man gut verhandeln will, sondern auf was es wirklich drauf ankommt. Und wir sprechen auch über den femininen Verhandlungsansatz. Denn Susanne Kaiser beschäftigt sich schon seit über 15 Jahren mit dem Thema Verhandeln und hat in einer sehr männerdominierten Arbeitswelt zuerst mal den normalen Verhandlungsansatz gelernt, wie die meisten, und hat aber heute ihren ganz persönlichen ethischen Verhandlungsansatz, den sie mit dir teilen wird. In dem lernst du nämlich, warum es auch wichtig ist, feminine Aspekte des Verhandelns zu integrieren, um heutzutage wirklich auch glücklich zu sein nach einer Verhandlung. Erfolgreich und glücklich sind nämlich oft nicht die gleichen Sachen. Deswegen ist es ein sehr spannendes Gespräch geworden, du wirst mega viel mitnehmen, vor allem für die Leute, die auch wie ich damals in der Schule das vermisst haben. Ein Fach, das heute eigentlich jeder braucht, aber irgendwie ist es nicht wirklich im Schulkurriculum aufgetreten. Deswegen holen wir das jetzt zusammen nach. Ich wünsche viel Spaß und viele Learnings mit Susanne Kaiser. Was mich direkt jetzt interessieren würde für den Einstieg dieses Gesprächs ist, ob du dich noch an deine erste bewusste Verhandlung erinnern kannst. Nicht mehr so ganz. Ich habe eine, die mir letztens wieder in den Sinn gekommen ist, weil ich mit einem Freund darüber gesprochen habe und dann ging es darum, ab wann ist man eigentlich bereit, als Jugendlicher bei dem Freund oder der Freundin das erste Mal zu schlafen und wie erzählt man das seinen Eltern. Und da ist mir wieder eingefallen, dass ich das erste Mal versucht habe, mit meiner Mutter zu verhandeln, die mich dann aber zu meinem Vater geschickt hat und ich dann zu meinem Vater gegangen bin und gesagt habe, Papa, ich möchte gerne bei meinem Freund schlafen. Ich will euch die Wahrheit einfach sagen, damit ihr wisst, wo ich bin. Und ich hoffe, das ist okay für euch. Und da hat er mich angeschaut und gesagt, so ja, ich finde gut, dass du ehrlich bist, viel Spaß. Und ich war extrem erstaunt, weil ich eigentlich mich darauf vorbereitet hatte, jetzt gibt es einen Kampf und keine Ahnung was, aber ich bin so klar dahin gegangen und das war quasi meine erste Verhandlung, mit Zwischenverhandlungen sogar, an die ich mich jetzt gerade so aktiv erinnern kann. Und was glaubst du, warum du diese Verhandlung gewonnen hast? Also was war jetzt so der ausschlaggebende Punkt? Dass du da mal schon unbewusst eine Technik angewendet hast? Ja, es war eine Technik und zwar, das war absolute Klarheit und Ehrlichkeit und Transparenz. Und halt wirklich den Willen auch hinzugehen und zu sagen, ich kann alles, also auch wenn meine Eltern jetzt nicht so cool darauf reagieren würden, dass ich trotzdem offen mit denen halt spreche und mit denen in die Argumentation gehe. Ja, wenn ich jetzt an die ganzen Bücher denke, die ich damals gelesen habe und auch aus persönlichen Erfahrungen, würde ich jetzt mal behaupten, dass es sicher auch andere Experten gibt, die sagen würden, wenn du zu ehrlich bist und zu transparent, dass dir das eher in einer Verhandlung schaden kann. Und ich kann selbst sagen, dass ich auch schon das Gefühl hatte, vielleicht dadurch, dass ich das eben auch so mache, manchmal vielleicht nicht optimal verhandelt habe. Also wie würdest du jetzt zu diesen Leuten sprechen, die sagen würden so, nee, mach das genau andersrum, strategisch. Ja, ich finde Techniken, Strategien und alles sehr wichtig. Ich habe ja auch den Kurs auf der University, wo ich ja auch Strategien und auch Techniken beibringe, so dass man ein gewisses Grundmuster hat. Nur wir dürfen uns nicht unbedingt darauf verlassen, weil wenn wir in einer Verhandlung sind, dann kommen Emotionen mit uns durch und dann kommt eigentlich unser wahrer Charakter so ein bisschen auch manchmal raus in Anführungsstrichen wahr. Also nur, weil du dich dann daneben benommen hast in der Verhandlung, bitte an den Disclaimer an der Stelle, heißt das nicht, dass das dein wahrer Charakter ist, sondern dass du emotional einfach in die Enge wahrscheinlich gedrängt dich gefühlt hast, ob das so war oder nicht, ist egal, aber es war ein Gefühl und dann vielleicht nicht so reagiert hast, wie das deine entspannteste Version von dir selbst in dem Moment sonst gemacht hätte. Deswegen, ich glaube, es ist viel wichtiger zu wissen, halt wer du selber bist und einer meiner Top drei Werte ist zum Beispiel Transparenz. Transparenz bedeutet nicht, jemandem zu sagen, ich finde, du bist ein Arschloch. Das ist keine Transparenz, das ist eine Beleidigung. Transparenz bedeutet, mit sich im Klaren zu sein, was man eigentlich möchte und was man auch sagen möchte, nicht in der Absicht, die andere Person zu verletzen, sondern seine wahren Gefühle, die in dem Moment halt da sind, oder seine gefühlte Wahrheit auszusprechen. Und das ist für viele Menschen sehr, sehr schwer. Sie lassen lieber einen Teil der Informationen weg, einfach aus Angst vielleicht verurteilt zu werden oder auch dafür abgelehnt zu werden. Und es gibt, glaube ich, in unserer heutigen Gesellschaft, ich meine gerade in unserer Bubble, gerade viele Menschen, die sich für gewisse Themen interessieren, ob das das Öffnen der Beziehung ist, wovon ich persönlich kein Fan bin an der Stelle, aber auch verstehen kann, verstehen kann, wenn das jemand macht. Also ich verurteile das nicht. Aber es ist halt wichtig, dass, und wir haben das immer wieder gesehen, dass Menschen, die nicht über diese Wünsche und Bedürfnisse vielleicht sprechen, die sie haben, auf egal welcher Ebene, beruflicher Ebene, privater Ebene, dann hintenrum etwas machen und die andere Person, die da mit eigentlich involviert ist in dieser Beziehung, hintergehen, vielleicht sogar ein Stück weit verraten, sie so extrem verletzen, dass dort ein Trauma entsteht, was vielleicht nur ganz schwer wieder heilbar ist. Und das fängt bei so Sachen an, wie dann, man geht fremd und sagt das dem Partner, der Partnerin nicht. Man hat eine heimliche Nebenbei-Beziehung. Also es gibt ja die wildesten Storys. Und wenn wir uns nicht mit diesen Themen offen mit uns selbst erst mal auseinandersetzen, und das gleiche im beruflichen Kontext auch, so quiet quitting und dann einfach heimlich nebenbei andere Stellen suchen, statt das Thema anzusprechen. Ich glaube, wenn wir da in diese gewisse Transparenz gehen und sagen, was uns auf dem Herzen liegt, dann werden wir richtig geile Verhandlungen führen können. Ja, es ist eine spannende These, die du hier aufstellst, im Sinne von, die Person, die fremd geht, hat vielleicht schlecht verhandelt. Oder gar nicht. Ich lese jetzt gerade ein Buch, wo ich gerade das Gefühl habe, dass Leute, die fremd gehen, wahrscheinlich eine unbewusste Sucht haben, eine Sex- oder Liebessucht. Das ist auch sehr spannend, dass eigentlich Fremdgehen eigentlich nicht wirklich etwas ist, was wir uns auch wirklich auswählen, weil wir eigentlich auf bewusster Ebene ja schon wissen, es ist eigentlich komplett daneben. Und trotzdem tun es so viele. Und ich weiß nicht, ob das Richtige verhandeln, ich selbst kann ja auch von mir sprechen, ich würde sagen, wir teilen viele Ansichten, aber für mich ist so mein Nummer eins Ansatz, ist auch Transparenz, aber es ist auch so dieses, ich weiß genau, was ich will. Und das bringt mich mittlerweile auch wirklich so in einen Punkt, wo ich sage, hey, ich weiß, dass ich nicht exklusiv in einer Beziehung sein möchte. Und dadurch trennt sich natürlich auch schon so ein bisschen die Möglichkeiten und auch die Menschen, weil die das halt anders spüren. Und trotzdem bin ich dann immer wieder auch überrascht, wie oft ich das Gefühl habe, dass je klarer ich es sage, desto eindeutiger ist es dann auch ein Nein, es dann plötzlich doch bei der anderen Person zu einem Ja wird. Und da frage ich mich dann, hat jetzt die andere Person ihre Bedürfnisse gerade schlecht verhandelt? Oder ist es wirklich, also was ist eigentlich so der, also weil auf einer fieseren Ebene könnte man ja auch sagen, der, der den anderen mehr braucht, hat automatisch auch die schlechtere Verhandlungsposition irgendwo. Ja, das ist eine Machtverteilung. Also das haben wir auf Beziehungsebene, das haben wir aber ganz offensichtlich auch immer an beruflicher Ebene und auch das Wahrnehmen dieser Machtverteilung. Und ich kann das aus eigener Erfahrung halt auch sogar sagen, ich habe ja auch einen Podcast mal mit Christian gemacht und da habe ich ja auch offen darüber gesprochen, dass ich am Anfang unserer Beziehung so 1000 Prozent all in war und er war so, ja, also irgendwie kann ich das hier noch gerade alles gar nicht fassen und glauben. Und natürlich könnte man oder hat er bestimmt auch hier und da mehr Macht gehabt, aber ich habe das wahrgenommen, aber ihn auch nicht dafür verurteilt, sondern wenn wir solche Situationen haben und das ist so schwer und das klingt jetzt ganz leicht, aber bei sich zu bleiben und sich immer wieder einzuchecken und zu sagen, warum verurteile ich zum Beispiel, dass die andere Person jetzt in dem konkreten Beispiel, was viele ja im Mainstream immer noch wie ein Schock wäre, wenn das der Partner sagt, hey, ich will die Beziehung öffnen, warum will ich das nicht? Und wenn da jemand reinkommt und man lernt sich kennen und die andere Person sagt direkt, das ist mein Standard, das ist das, was ich von dieser Beziehung erwarte, dann kennt man sich noch nicht so gut und man hat dann die Möglichkeit, auch mal bei sich einzuchecken und zu sagen, bis gestern habe ich das stark verurteilt, wenn jemand eine offene Beziehung haben möchte. Jetzt habe ich mal die Chance herauszufinden, warum das gut sein könnte, wenn ich das möchte und wenn ich Interesse an der anderen Person habe. Das heißt, es kann sein, dass du dich so gut verkauft hast am Anfang, dass die andere Person sagt, es lohnt sich für mich hier tiefer mit dir jetzt in das Thema reinzugehen und für mich zu erforschen, habe ich einfach nur die gesellschaftliche Meinung, dass das nicht gut ist, gerade bei mir integriert und gar nicht mich gefragt, ob ich vielleicht auch ein ähnliches Bedürfnis habe, weil ich mir die Frage gar nicht erlaubt habe. Weil was verurteilen wir bei anderen Leuten immer? Meistens Dinge, die wir uns selbst nicht erlauben. Und dann hinzugehen und zu sagen, ist das vielleicht gerade eine Chance für mich, mit dir herauszufinden, ob das eine Option für mich sein kann. Ob ich das wirklich nicht will. Ob ich das wirklich nicht will, genau. Und deswegen, wenn wir uns das mal erlauben, spielerisch an solche Themen ranzugehen und nicht immer direkt da eine rote Flagge hochzuhissen und zu sagen, so, der hat gesagt, er will doch für die Beziehung, das ist eine Red Flag. Stattdessen einfach mal zu sagen, okay, warum? Was ist denn sein Bedürfnis dahinter? Warum ist das ein Wunsch von dieser Person oder von ihr? Es gibt ja auch Frauen, die das möchten. Und wenn wir herausfinden, was ist das wahre Bedürfnis, dann brauchen wir in einer Beziehung auch keine Bedingungen mehr stellen. Vielleicht, um nochmal zurückzukommen zu dieser Frage, so eben so, was es jetzt wirklich auch ausmacht. Du hast jetzt verschiedene Sachen genannt und hast Techniken und vor allem auch Strategien so ein bisschen hinten angestellt. Und das hört sich für mich, wie gesagt, auch für eine sehr gesunde, aber auch sehr femininen Ansatz an. Wenn wir jetzt doch nochmal so auf diesen maskulinen, eher strategischen Approach gehen, was können wir von diesen Techniken dann vielleicht doch noch lernen? Also was würdest du dir da raussuchen und sagen, vielleicht ein bisschen Strategie hier und da, macht doch noch Sinn. Ich würde immer Strategie lernen und ich würde auch gewisse Techniken lernen. Einfach, weil wenn wir mit einem, wenn du eine Frau bist und du gehst mit einem Mann in der Verhandlung oder andersrum, das ist eigentlich egal. Frauen und Männer verhandeln schon ein Stück weit anders. Und es ist wichtig, das von vornherein auch anzuerkennen und zu wissen. Und wenn wir Frauen immer nur denken, und das ist, ich glaube, der größte und das ist die, ich glaube auch nochmal ganz kurz Disclaimer an der Stelle, das sind keine Pauschalisierungen. Und auch ganz wichtig, ich glaube, dass die jetzige Gen Z, die Zwanziger, die sind anders erzogen, die sind ein bisschen anders drauf, für die gilt vieles nicht mehr, für die gilt manchmal vielleicht ein Rat, den ich einer Frau erteile, auch dem Mann und andersrum. Wir Frauen haben manchmal die Erwartungshaltung, dass der Mann Gedanken lesen kann. Er muss es doch wissen, dass ich mir jetzt Blumen wünsche. Ein ganz bescheuertes Beispiel. Wir sagen eigentlich nicht, was unsere Bedürfnisse sind, weil wir die Erwartungshaltung haben, dass der Mann es errät. Und das ist ziemlich schwierig, weil so funktioniert es halt nicht. Und wenn wir aber auf der anderen Seite, wenn Männer halt auch wissen, dass die Frau sauer ist, und er merkt, sie ist sauer, und dann denkt er sich so, was ist denn jetzt los? So, ja, du schenkst mir nie Blumen und so weiter und so fort. Und statt einfach mal vorne hinzugehen und sich wieder dahin zu gehen, so, was ist dein Bedürfnis, was ist mein Bedürfnis, wie will ich eigentlich gesehen werden, das vorab zu erklären, dann kommt man gar nicht in so eine Situation. Zu den Strategien grundsätzlich. Es ist wichtig, sie zu kennen, weil wenn du mit einer Person in der Verhandlung bist und die kennt diese ganzen Strategien, dann flutscht du da so durch und am Ende sitzt du da und hast nicht alles oder vielleicht gar nicht mal ansatzweise das bekommen, was du eigentlich gerade wolltest, aber gehst irgendwie mit so einem Gefühl raus, wie das war irgendwie eine gute Verhandlung, aber für die andere Person. So, ich habe nachher zu allem Ja gesagt und bin überall weich geworden und habe nicht das bekommen, was ich eigentlich wollte. Ich bin mit dem Thema reingegangen, ich will mehr Gehalt. Ich bin mit dem Thema reingegangen, ich möchte, dass die andere Person sich mehr am Haushalt beschäftigt. Am Schluss verstehst du sie besser. Am Schluss verstehst du sie besser und sagst dann, ja klar, jetzt mache ich doch den ganzen Haushalt weiter alleine oder ja klar, natürlich brauche ich keine Gehaltserhöhung dieses Jahr, der Firma geht es ja so schlecht. Das ist ganz, und das ist fatal, weil was wir dann machen, ist immer auf unseren Anteil zu verzichten und das hat dann auch wieder was mit Selbstwert zu tun, wenn wir immer verzichten und auch dieses Gefühl aufkommt, verzichtet zu haben, zum Wohle der anderen, dann wird man irgendwann sauer und dann ist man irgendwann nicht mehr in der Lage, eigentlich eine richtig gute Verhandlung zu führen, weil man emotional so aufgebraust ist, dass es dann nur noch wenn dann Sachen sind, also dann kommt es halt zu einer wenn dann Verhandlung und dann hat das mehr mit Drohnen zu tun, als mit einem wirklichen Gespräch, Konsens. Ja genau, da habe ich auch was aufgeschrieben, wenn du gerade mit dem Thema Drohnen kommst, mich würde super interessieren, wie du zum Thema Streiken stehst. Also was passiert da oder was ist da passiert am Schluss? Ist das gut verhandelt worden? Also wo, wo ist eigentlich so ein bisschen der Buttlineck? Weil ich habe zum Beispiel auch, vielleicht um es noch kurz zu erklären, ich habe das schon öfter jetzt besprochen mit Leuten aus Deutschland, die so pro-Deutschland sind und ich sage halt so, hey, in Deutschland streikt gefühlt alles, so jeder Flughafen, die DHL hat gestreikt, dass ich dort also und dann sagen die immer wieder die Leute, die so pro-Deutschland sind, so ja, das ist doch gut, dass die überhaupt streiken können. Das ist doch schon ein Fortschritt, weil eben in anderen Ländern können die gar nicht streiken und ich verstehe es, aber warum passiert denn das so oft? Also was läuft da falsch in den Verhandlungen? Also in den Verhandlungen läuft alles falsch, was so falsch laufen kann. Es geht in diesen Verhandlungen häufig um Ego. Es sind Männerverhandlungen. Es ist ein wunderschönes Beispiel, ohne das jetzt zu verurteilen, auch da wieder, ich packe da keine Bewertung drauf, aber das ist eben die alte Verhandlung von früher. Es geht darum, um es zu gewinnen. Es geht nicht darum, einen gemeinsamen, guten Konsens zu finden. Und das andere Thema, was wir in Deutschland auch haben und deswegen kann ich auch ein Stück weit diese Streik-Kultur verstehen, ist, dass wir nie gelernt haben zu verhandeln, und zu den Konditionen, die uns genannt wurden, Ja gesagt haben. Jahrelang Ja gesagt haben. Egal, wo das ist, in welchem Bereich, ob das die Pflege ist, also der gesamte, das hatte ich, glaube ich, im letzten Podcast auch schon gesagt, dass es diese Strukturen, die wir in Deutschland haben, die sind so fehlerhaft, Kindergärten, was diese Erzieher sich da den ganzen Tag geben müssen. Und das Gleiche ist auch in Schulen. Es hat so verschiedene Ebenen einfach, in denen nie wirklich ordentlich verhandelt wurde und den Leuten auch gesagt wurde, hier kannst du nicht verhandeln und du musst die Konditionen nehmen. Also friss oder stirb war eigentlich immer so dieser Ansatz. Und der Deutsche hat früher, und das hat einfach auch ein Stück weit was mit unserer Geschichte zu tun, der war einfach dankbar, wenn er sicher war. Egal zu welchen Konditionen, Hauptsache der Job war sicher. Es war lieber, hatte man eine Festanstellung, statt wirklich geile Konditionen. So, und das ändert sich halt jetzt mehr und mehr. Und die Generation, die auch nachkommt, die hatte auch keinen Bock mehr drauf. Aber bei den Verhandlungen, die sind eigentlich immer schöne Beispiele dafür, dass da Egos an einem Tisch sitzen. Wenn das eine Ego nicht bekommt, was es will, dann wird halt gestreikt. Und ein sehr gutes Beispiel für männliche alte Verhandlungen, man kann von der Person halten, was man will, aber er ist einer der besten Verhandler, die es gibt. Das ist Donald Trump. Wenn man, also ich halte ihn persönlich, ich bin nicht viel von ihm menschlich, aber rein von dem, wie er strategisch an Dinge rangeht. Und das möchte ich auch mal anerkennen, was viele Menschen immer nicht schaffen. Wir sind oft so pauschalisierend. Wir gucken uns eine Sache an, einen Menschen an und dann gleich ist alles schlecht. Und statt einfach mal hinzugehen und zu sagen, okay, 99 Prozent von den Dingen, die da passieren, sind schlecht, aber was ist das ein Prozent Gute daran? Und das schaue ich mir an. Ich kann mich 99 Prozent der Zeit auch in meinem Leben über alles aufregen, auch über Streiks, weil die mich dann ja auch manchmal betreffen, wenn ich in Deutschland bin. Aber auf der anderen Seite finde ich es halt irgendwie interessant, dass das deren einzige Strategie gerade ist, die sie anwenden können, nur damit etwas passiert. Also es ist auf beiden Seiten in meinen Augen erbärmlich, dass es zu so einer Situation kommt, zu einer krassen Ausnahmesituation eigentlich kommt, die dann gefühlt auch öfter vorkommt, als vielleicht realistisch wirklich ist. Aber das zeigt einfach nur, wie wenig diese Menschen wirklich gut verhandeln können. Ich habe da auch aus deinem Kurs, also eben du hast ja auch diesen Kurs ethisches Verhandeln, was das ist, können wir ja nachher nochmal ein bisschen genauer besprechen, oder inwiefern Verhandeln überhaupt ethisch sein kann und muss. Oh ja. Aber ich habe da aus dem Kurs ein paar Zitate von dir rausgeschrieben, die ich interessant finde. Und irgendwo sagst du, viele Menschen verhandeln Bedingungen statt Bedürfnisse und sind deswegen unglücklich in zwischenmenschlichen Beziehungen. Das ist ja genau das Thema bei Streik ein bisschen. Aber hier ist auch die Frage, weil das höre ich ja immer so, wir wollen, dass die Bedingungen akzeptiert werden. Aber wie könnte denn jetzt eine Person, die jetzt sagen wir mal eben in der Pflege ist und nicht genug bezahlt wird, wie könnte denn die jetzt für ihre Bedürfnisse verhandeln? Weil das ist ja immer ein Mensch und das ist ja dann immer so eine Gruppe. Kann eine Gruppe überhaupt ein Bedürfnis haben. Das ist dann wieder schwer, oder? Aber es ist superschwer. Ganz witzig ist es gerade auch, was bei uns passiert. Einfach nur so ganz kurz, es gab eine Kundenbeschwerde, ob die jetzt zu Recht ist oder nicht. Aber die war ganz interessant. Und zwar, es gibt einen Typ, Art von Mensch, der fühlt sich als der Retter. Das ist ein Mensch, der für andere die ganze Zeit in das Feuer springt, die nicht mal dafür gefragt haben. Das heißt, da wird dann halt Drama erschaffen, wo gar kein Drama ist. Ja, dann werden Gespräche geführt im Sinne von alle Kollegen finden, dass das hier unfair ist. Oder dann kommt so was wie, ja, ich habe auch mit meinen Freundinnen gesprochen und wir müssen jetzt gegen die Männer kämpfen. Also wenn so ein Kollektiv ankommt und dann eine Person für alle kämpft. Ich persönlich finde das immer ganz schwierig, weil ich mich immer frage, die Person, die sich da vorne hinstellt und als der Weiße Ritter darstellt, dann wird es ja auch immer hoch dramatisiert und dann werden dann irgendwelche Sachen gesagt, die dann nur zum Teil stimmen, weil immer dann, wenn du für andere sprichst, wird das schwierig. Wird das ganz, ganz doll schwierig. Und deswegen ist alleine das in diesem ganzen System schon fehlerhaft. Und wir machen das im Großen und wir machen das im Kleinen. Und jeder Mensch hat andere Bedürfnisse. Jeder Mensch braucht etwas anderes. Es gibt wirklich Menschen, die auch sagen, hey, ich bin total fein, wenn das Gehalt nicht so groß ist, aber kann ich nicht mal wenigstens für meine Arbeit anerkannt werden? Kann einfach mal gesehen werden, dass die Arbeit, die ich hier verrichte, schwer ist und hart ist und ich sie trotzdem liebe? Und das ist das, was in unserer Gesellschaft dann eben häufig nämlich nicht vorkommt, ist die Anerkennung einzelner Berufe, die Anerkennung einzelner Positionen. Aber, und das ist halt eben auch der Aufruf an der Stelle, wenn du jetzt in so einer Situation bist und merkst, ich habe ein Bedürfnis, das wird nicht erfüllt. Ein Bedürfnis könnte eben Anerkennung wirklich sein. Was ist Geld? Geld ist Anerkennung in Zahlungsformen. So, wir, wir haben leider gelernt, dass unser, also unser Selbstwert häufig an dem hängt, wie viel wir verdienen oder wie viel auf unserem Konto ist. Und das ist absolut falsch an der Stelle schon mal. Also, wenn du manchmal das Gefühl hast, du guckst auf dein Konto, das ist eine Minuszahl, dann bist du nicht Minuswert. Aber in uns passiert etwas, dass das, das widerspiegelt. Und wenn wir dann auch noch so einen Job haben, wo wir vielleicht irgendwie in einem Job haben, der Leben rettet, also wirklich Leben rettet oder die alten Menschen pflegt, die Kinder, also die Menschen, die unsere, die Nachkommensgeneration sozusagen. Und, und da findet einfach keine Wertschätzung auf so vielen verschiedenen Ebenen statt, von den Eltern, von den, von wem auch immer, dann kann ich schon verstehen, dass dann da ein großer Frust aufkommt. Und natürlich, und das ist ja auch etwas, das ist etwas Menschliches, deswegen sage ich immer, Kommunikation ist etwas aus dir heraus. Wie siehst du dich? Siehst du dich als Opfer der Umstände oder siehst du dich als, ich kann was daran ändern? Und wenn ich mich oft als Opfer sehe und Finger alle auf mich an der Stelle, ich habe mich jahrelang als Opfer meiner Umstände gesehen und ich war nicht mal in so einem Pflegeberuf, aber ich habe immer gedacht, ja, da muss doch jemand kommen und mich retten. Der Staat muss dann für mich zahlen. Der Staat muss dies machen. Die Verbände müssen das machen. Und das ist Bad News an der Stelle. Das ist zwar cool, dass deine Tarife und so weiter und so fort alles verhandelt werden, nur es ändert nichts an deinen Bedürfnissen. Sie werden sich sehr wahrscheinlich danach immer noch unerfüllt anfühlen. Und deswegen ist… Das ist ein sehr guter Punkt. Ja. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, weil das ist ja auch, du schreibst ja auch oder hast auch gesagt in dem Kurs, das große Thema Frauen, Pay Gap, oder? Frauen sind nicht nur schlechter bezahlt, weil sie oft auch weniger arbeiten, sondern weil sie so gut wie nie oder schlecht verhandeln. Ja. Und die Linken würden jetzt sagen eben so, hey, wir brauchen da jemanden, der für diese Frauen verhandelt. Weil eben du sagst jetzt so, hey, nee, Frauen, Ladies, ihr müsst euch das selbst beibringen. Und dann würde jetzt ein Linker sagen, im schlimmsten Fall sogar, nee, das ist gegen die Natur der Frau, wir müssen da eigentlich eine Quote machen. Aber was du ja jetzt sagst, ist, selbst wenn da jemand von außen das künstlich wirklich synthetisch verändern würde, würde das für die Frauen dieses Gefühl, nicht wertgeschätzt zu werden, nicht besser machen. Und das ist ja eigentlich ein krasser Punkt, den du da gerade droppst. Ja, es tut mir auch selbst in meiner Seele weh, weil ich war auch immer ein Mensch, der gesagt hat, es muss Quoten geben in Vorständen so, sonst ändert sich doch nichts. Und das stimmt ein Stück weit auch. Es stimmt ein Stück weit, weil es gibt einen Typ Art von Mann und das sind unsere Väter. Papa, ich liebe dich an der Stelle. Gleichzeitig weiß ich aber, die sind halt auf eine Art und Weise erzogen worden, dass die Frauen in ihren Räumen einfach nicht zulassen können. Die können sich nicht vorstellen, so, da geht es, bei denen geht es um Machtspielchen, bei denen geht es um Dominanz, bei denen geht es darum, wer ist hier der geilste Affe auf dem Planeten. Und das sind die Gespräche, die sie führen und wie sie sich zeigen. Denen geht es um Status. Eine Frau geht es nicht um Status. Sie will auch vielleicht in den Vorstand kommen, aber sie ist weniger statusgetrieben. Sie will da halt rein, auch vielleicht wegen Macht. Also kann auch die gleichen, deswegen an der Stelle auch nochmal ganz wichtig, viele denken immer, es gibt einen riesen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Und ja, den gibt es. Aber der ist kleiner, als wir denken. Und der verändert sich auch in den letzten Jahren. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, so Gen Z, das ist so durchmischt. Und es gibt ja ganz viele, die, da habe ich auch schon mal irgendwelche Reels dann gesehen, dass irgendwelche Dudes mit Podcast-Mikrofonen dann darüber erzählen, dass die Männer immer weicher werden. Und das sind alles solche bla bla bla. Und die Frauen und so weiter. Und die erzählen dann was über Frauen und Männer. Und das ist häufig irgendwie sehr, sehr, sehr unangenehm. Die haben aber trotzdem einen guten Punkt, weil es stimmt schon, dass Männer einfach empathischer werden, weil sie halt häufig alleinerziehende Mütter hatten. Sie werden nicht zur Frau, das ist falsch. Aber sie, sie haben mehr weibliche Attribute. Und deswegen verhandeln auch viele Menschen, also 20-Jährige, auch weniger, als vielleicht ihre Väter das getan haben. Aber die haben keine Leitfigur gehabt, die gezeigt hat, hey, so verhandelst du. Wir Frauen, uns wird immer gesagt, ja, die werden dein Talent schon sehen. Oder selbst wir hatten das ja mal. So dieses typische Frauenthema ist, wenn jetzt zum Beispiel eine Frau ein Team führt und das, sie hat die ganze Arbeit gemacht, sie hat alles angeleitet, alles gemacht, dann sagt sie danach, mein Team hat geschafft. Und der Kollege, der daneben steht, der auch ein Team hat, der hat zum Beispiel vielleicht ein Buch gelesen. Ich liebe ihn, muss ich dazu sagen, Disclaimer auch an der Stelle. Jack Nasser, der hat auch sehr gute Bücher geschrieben zu unterschiedlichen Themen. Aber in einem Buch hat er zum Beispiel empfohlen, dass wenn du von der Gruppe stehst und es geht dann um das Projekt und auch wenn dein Team natürlich die Arbeit gemacht hat, du hast es geleistet, also wirst du dich hinstellen und sagen, ich habe alleine dieses Projekt quasi gemeistert. So, da wird das Wort Team nicht erwähnt. Und das ist die alte Welt und die existiert immer noch, dass da Männer stehen und sagen, ja, als hätte ich das alles alleine gemacht und dagegen steht eine Frau, die wirklich vielleicht auch mehr gemacht hat, weil Frauen tendieren mehr dazu. Also es ist auch wirklich so, mehr zu machen, aber sie stellt das Team in den Vordergrund. Dann werden irgendwelche Leute aus ihrem Team befördert und sie wird nicht gesehen. Das sind alles so, das sind Sachen, strukturelle Sachen, die wir sehen müssen und deswegen ist da die Aufforderung an die Frauen zu lernen, wie ticken manche Männer. Es sind auch, bitte nicht pauschalisieren, nicht alle sind so. Ich weiß auch nicht, ob Jack Nasser heute zum Beispiel über das Thema anders sprechen würde, als damals in seinen Büchern. Können wir ihn ja mal fragen. Er war ja auch schon hier im Podcast. Genau, deswegen. Also ich finde ihn auch wahnsinnig interessant. Ich habe sehr viel auch von ihm gelernt, weil ohne zum Beispiel ihn und auch ich war auch, es gibt auch ganz viele andere, ganz, ganz groß auch in den USA, die da so Coachings haben. Ich habe auch in Niederlande mal so ein Coaching gemacht, also das war ein deutscher Kurs dann. Das war wahnsinnig gut, was ich da gelernt habe. Da habe ich halt verstanden, wie ticken Männer, wie ticken Männer in einer Verhandlung und das müssen wir Frauen wissen, weil es ist nun mal so, dass in gewissen Positionen, auch in der Beziehung, wenn wir nicht verstehen, wie das andere Geschlecht tickt, also wie es verhandelt, dann werden wir immer Großteil verzichten und dann sind wir irgendwann sauer auf die andere Person, aber eigentlich sind wir sauer auf uns selbst. Und deswegen, auch wenn du, egal ob du Frau oder Mann bist und du fühlst dich jetzt angesprochen und du merkst so, ich habe eigentlich Bedürfnisse, ich wette gerne mehr Gehalt, ich hätte vielleicht gerne bessere Arbeitszeiten, ich würde gerne mit meiner Beziehung was verändern oder irgendwas, irgendwas in meinem Leben oder einen anderen Urlaubsort oder keine Ahnung, irgendwas aufbrechen, was immer da war als Konsens und ich will das jetzt verändern, dann lohnt es sich, sich hinzusetzen und zu lernen, wie funktioniert eine gut strukturierte Verhandlung. Aber bevor du das machst und deswegen ist es auch ein Teil in meinem Kurs, ist der allerwichtigste Punkt, zu checken, was du eigentlich willst und wie du eigentlich kommunizierst. Weil da, wir gehen immer rein und sagen, du musst mir jetzt das und das geben und das geht nicht. Ja, also das war auch, damals für mich so, nachdem ich auch viel von Jack Nasher gelesen habe, viel aus dem NLP mir angeguckt habe, habe ich dann das Buch Harvard Experiment gelesen und dort ist es wirklich so die Grundthese, es hat einfach so, also das, wo ich da rausgenommen habe, es hat einfach so, je besser ich weiß, was ich will, desto geiler bin ich in einer Verhandlung. Ja. Und das ist gar nicht so einfach, das klingt jetzt viel einfacher, als es eigentlich ist, also das heißt, es reicht jetzt nicht zu sagen, aber was ich mittlerweile auch verstehe ist, und da haben wir ja vorhin auch schon über dieses Thema geredet, das heißt ja irgendwo auch, sein Selbstwert zu kennen. Ja. Was ich will und was ich auch bereit bin zu geben, das ist Selbstwert. Aber, und das ist ja etwas, was in Beziehungen, in meinen Augen heute, so ein bisschen auch schief läuft, oder zumindest mit der Kommunikation, auch hier auf Kupangan, da sprechen ja alle wirklich nur noch von Grenzen setzen, Boundaries, Boundaries, Boundaries und Grenzen setzen. Ja, ja. Und was ist der Nummer eins Trait, der dazu führt, dass man in einer Beziehung scheitert? In Flexibilität. Ah. Also je unflexibler du bist, desto unbeziehungsfähiger bist du. Und das ist eigentlich, wenn du mal guckst, gehen wir da schon so ein bisschen in die falsche Richtung. Also ich habe da auch, ich musste da auch viel Differenzierungsarbeit leisten bei Intimacy, dass ich den Leuten nicht sage, so hey, mach so klein, dass du am Schluss niemanden mehr treffen kannst. Ah, ja. Oder das heißt, ja, ich muss wissen, was ich will, aber wenn ich es zu stark filtere, dann habe ich am Schluss gar keine Matches mehr. Das ist eines der schönsten Punkte. Das finde ich mega geil, dass du das gerade sagst. Und das gilt sowohl für eben Verhandlungen in Beziehungen, als auch zum Beispiel, wenn es darum geht, ich gehe jetzt zu meinem Chef, ich habe 20 Prozent mehr Gehalt verdient und wenn er das nicht macht, dann gehe ich. Das ist genau diese Unflexibilität. Und genau das Gleiche ist halt eben auch, ich gehe jetzt zu meinem Partner, meiner Partnerin und wenn sie jetzt nicht dazu Ja sagt, dann bin ich weg. Ja, dann bin ich halt weg. So und ich höre das ganz häufig und das meinte ich mit, das ist dann eine Bedingung, die du da gerade stellst und das ist keine Verhandlung, weil das hat gar keinen Spielraum und was du da verhandelst, ist eine Position so. Und die Position, also ich will mehr Gehalt, ich will meine Beziehung öffnen, die ist ja cool, aber die muss zum Diskurs stehen. Das heißt, was du vorher einfach, was vorher sich geklärt werden muss, ist, was führt eigentlich zu dieser Position, egal ob es Beziehung öffnen ist, weil vielleicht, bevor man, manche machen das auch und Beziehung öffnen zum Beispiel, weil sie unglücklich eigentlich gerade sind in ihrer Beziehung, weil sie gar nicht happy sind, weil es vielleicht sexuell langweilig geworden ist. Aber statt einmal vorher herauszufinden, was habe ich eigentlich für sexuelle Bedürfnisse oder was, auch beruflich, warum will ich eigentlich mehr Gehalt? Warum glaube ich, dass ich das verdient habe? Ich kann nicht einfach zu meinem Chef gehen und sagen, ja, ich bin schon so lange hier und deswegen will ich mehr Gehalt. Wir sind schon so lange zusammen, das ist ein guter Grund, die Beziehung zu öffnen. Das sind alles keine Begründungen. Also das Erste, was du klärst, ist, warum willst du diese Position? Warum willst du diese eine Sache? Und davon leiten sich auch ein Stück weit deine Bedürfnisse ab. So, und dein Bedürfnis könnte zum Beispiel gar nicht sein, dass du mehr Geld willst, sondern das könnte eigentlich sein, dass du sagst, ich will mehr Freizeit haben, aber bei gleichbleibendem Gehalt. Ich möchte die Beziehung eigentlich gar nicht vielleicht öffnen, sondern ich will einfach mehr sexuelle Erfahrungen machen und vielleicht schließt das die andere Person gar nicht aus. Aber das sind so Sachen, dass wir, wir schaffen das einfach nicht, weil wir nie gelernt haben, zu verhandeln. Uns wird das einfach nicht beigebracht, dass wir über diese Dinge sprechen können und dann machen wir das alles mit uns selbst aus, in unserem Kopf, haben absolute Dramen im Kopf und gehen in so ein Gespräch rein und sind eigentlich schon in so einer harten Verhandlung. Und ich habe, also eine in den USA, die mag ich sehr gerne, das ist so Pendant zu Jack Nasher, weil Jack ist für mich sehr männlich. Und übrigens, vielleicht ganz kurz noch reingeworfen, ich mag seine Sachen und ich liebe seine Tipps. Das Ding ist aber, und das hat er selber schon gesagt, mit all den Techniken, die er geteilt hat, er kann sie nicht mehr anwenden, weil die andere Person seine Techniken ja jetzt schon kennt, weil die ja auch von ihm gelernt haben. Das heißt, zum Teil ist es gar nicht so gut, dass er seine privaten Techniken geteilt hat, weil er muss sich jetzt quasi neue ausdenken und neue entwickeln, die dann halt wieder funktionieren. Deswegen ist Technik kopieren immer nur bis zu einem gewissen Grad sinnvoll. Was ist so eine Technik, die du sagst, die wendest du gerne an? Das ist so eine Sache aus deinem Kästchen, die du danach nie wieder anwenden kannst, weil es jetzt jeder weiß. Das ist genau mein Thema, nämlich das habe ich nicht, weil das Ding ist, du wirst in dem Moment keine Techniken mehr brauchen, wenn du lernst zuzuhören. Dir selbst und der anderen Person. Also wenn du lernst, das ist die einzige Technik und wo ich jeden bitten würde, die wirklich auch zu lernen. Aktives Zuhören. Fragen stellen. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie schwer das ist, wie schwer aktives Zuhören ist, weil wir sind so in unserer Position und so in unserer Härte, dass wir sagen, die andere Person muss, die andere Person muss einen Scheiß. Und das ist so, dass wenn wir das mal verstehen würden, also das wäre das Einzige, da würden wir auf beiden Seiten schon viel verändern, weil warum kommt es zu Streiks oder diese ganzen harten Verhandlungen, weil die eine Person der anderen nicht zugehört hat. Genau, ich wollte ganz kurz auf die, einmal drauf noch eingehen. Ich mag Jack und die Gegenposition zu Jack in meinen Augen, so ein bisschen, also es gibt noch mehr da in den US-Markt, aber ich habe sehr viele Bücher von ihr gelesen und ich mag sie sehr gerne. Das ist Brianna Breeze und die hat ein Buch geschrieben, da geht es auch um Führung und das ist jetzt gerade auch auf Deutsch erschienen und da hat sie auf jeden Fall gesagt, wenn du, und das ist auch so ein bisschen das Harvard-Konzept, das ist auch so ein bisschen, was Jack sagt, aber ich fand irgendwie die Begrifflichkeiten davon schön, das heißt, soft front, also sei nach außen hin, soft zu der Person, weich zu der Person, dann Hardcore, Wild Heart, Wild Heart, Wild Heart heißt, geh offen, neugierig, spielerisch ran. Welche Ideen könnten wir haben, diese Position von, auf die du gerne hin möchtest, vielleicht anders zu erfüllen. Das muss ja nicht so dann aussehen als Ergebnis, sondern vielleicht gibt es ja andere Interessen, die viel geiler sein könnten und viel mehr deinen Bedürfnissen entsprechen als deine ursprüngliche Position. Das ist so dieses und Strong Back. Also Strong Back ist so wirklich, dass du halt nicht weich wirst im Sinne von dem, was du möchtest. Wenn es dein Bedürfnis ist, egal was es ist, dann erkenne das an und das hat sehr viel mit Selbstwert zu tun und der Reminder an der Stelle ist, ganz häufig wurde uns erzählt, dass die Bedürfnisse, die wir haben, nicht richtig sind, weil sie nicht den gesellschaftlichen Normen entsprechen vielleicht, weil du es denkst, dass sie dir es nicht entsprechen. Das ist ja der Grund, warum wir auch so etwas wie eine Community haben bei uns auf der University, warum wir sagen, geh in die Community, sprich mal mit den anderen Leuten, teile mal deine Erfahrungen, weil du wirst ganz häufig merken, Dinge, für die ich mich gestern noch verurteilt habe, sind total normal. Das ist nicht eine Bubble, in der wir sind, sondern das ist häufig, dass wir nie gelernt haben, über unsere Bedürfnisse zu sprechen, weil es dann immer heißt so, ja du wieder mit deinen, ja du mit deiner Anerkennung oder du mit deinem, ja ich mache doch schon alles und das ist so nicht, wie es funktioniert und wenn so eine Person übrigens auch so reagiert auf, wenn du deine Bedürfnisse aussprichst, dann hat das viel mit der anderen Person zu tun und sehr wenig mit dir selbst, so weil dann ist da vielleicht selber sehr wenig Selbstliebe, selber sehr wenig Anerkennung der eigenen Bedürfnisse und wer weiß, was die Person dann alles schon zurückgesteckt hat für dich, wovon du gar nichts weißt, weil sie es nie gesagt hat, dass auch wieder bei der anderen Person ist, aber wenn wir nämlich diesen einfach wirklich soft sind an der Front, wenn wir weich sind mit der Person, in Verbundenheit bleiben, wir dürfen streiten, wir dürfen uns an eine schöne Streitkultur gewöhnen, wir dürfen komplett unterschiedliche Meinungen und Ansätze haben und wir können trotzdem in der Verbindung bleiben und das tun wir, indem wir nämlich vorne uns nicht eine Story erzählen und uns im Kopf alles wild machen und dann wie so eine Rampensau auf die andere Person losgehen und die quasi dann schon überangreifen oder übergrifflich werden mit unseren Worten, mit unserer Körperhaltung, dann werden wir schon so viel machen, nur wir haben es nicht gelernt und du kannst nicht erwarten, dass wenn du jetzt morgen eine schwierige Verhandlung hast, du arbeitest meinen Kurs durch, du liest irgendein Buch, du gehst dann in die Verhandlung rein, ich kann dir jetzt schon sagen, die wird wahrscheinlich nicht gut laufen, aber wir haben eine komische Erwartungshaltung in unserer Gesellschaft, dass wenn wir irgendwas Neues lernen oder eine eigene neue Information bekommen, dass wir das ja jetzt wissen müssten und besser können müssten und uns dann dafür verurteilen, dass wir die komplette Verhandlung verkackt haben oder was auch immer wir gerade lernen. Jetzt, wo du gerade dieses Thema ansprichst, ich habe eine Verhandlung verkackt, was mich auch nochmal interessieren würde, ist, wie du zum Thema Nachverhandeln stehst, weil für mich war das früher immer sehr anstrengend, dieses Gefühl, jetzt muss ich nachverhandeln und ich habe dann aber irgendwann eben auch, weil ich, man könnte jetzt sagen, zu gut verhandelt habe, ich habe auch schon mal das Gefühl gehabt, dass ich durch diese Tipps dann eben zu viel gekriegt habe, weil ich habe zum Beispiel dieses Anchoring, das ist so eine meiner Techniken, die ich immer, die ich immer angewendet habe, ich habe einfach mal einen sehr hohen Anker gesetzt und dann landest du halt in der Regel immer näher an dem, was du willst, als an dem, was möglich wäre. Und dann war es aber eben auch schon so, dass dann durch die Nachverhandlung sich auch für mich das danach besser angefühlt hat. Also sozusagen, dass ich, ich habe wieder Sachen zurückgegeben, die ich vorher erhandelt habe und danach weniger Druck verspürt und auch mehr Harmonie verspürt. Und gleichzeitig kann man ja aber auch eben sagen, dass Nachverhandeln jetzt zum Beispiel vielleicht auch für eine, ich denke jetzt mal für eine Frau oder auch einen Mann, der jetzt so mit ihrem Chef gerade erst aus dem Zimmer gelaufen ist und jetzt das Gefühl kriegt, ich habe irgendwie schlecht verhandelt oder die Verhandlung ist scheiße gelaufen. Hast du da vielleicht irgendwelche Tipps oder wie stehst du im Allgemeinen dazu? Also Nachverhandeln finde ich so wahnsinnig wichtig, weil wir müssen uns auch mal erlauben, wieder, dass wir jederzeit uns umentscheiden dürfen. So, das ist etwas, was auch immer wieder ist. Das heißt, du musst Konsistenz, eine Meinung haben und die darf sich nicht verändern. Und das ist ja auch, was ich an diesem Podcast so liebe, ist, dass wir beide zum Beispiel beim Thema Veganismus immer noch voll dafür sind, aber auch mit den neuen Informationen halt trotzdem ein Stück weit von vielleicht extremen Positionen abgerückt sind. Das heißt, wir haben unsere Meinung schon verändert, auch wenn wir emotional krass daran gebunden sind. Und es kann halt einfach Dinge im Leben passieren, wo sich Meinungen ändern, wo Dinge sich verändern, wo Gefühle sich verändern. Und das können wir manchmal nicht mal steuern und das müssen wir auch nicht erklären. Aber deswegen ist es wichtig, nachzuverhandeln. Und wenn du gerade in der Gehaltsverhandlung warst und du hast gemerkt, du hast es komplett, also daneben gesammelt. So, du bist dann rausgegangen und hast deinem Chef quasi nochmal die Füße geküsst, dass du dann in diesem Unternehmen arbeiten darfst, statt wirklich zu sagen, so, nein, ich möchte gerne anerkannt werden für die Arbeit, die ich hier mache. Und die Anerkennung, die jetzt gerade stattfindet, die ist mir zu gering. Und du merkst so, fuck, ich habe genau das gemacht. Ich bin nicht, ich hatte nicht diesen Strong Back, ich bin eingeknickt. Und da hinzugehen und dann nochmal auf die Person zuzugehen und zu sagen, hey, hör mal zu, ich weiß, wir haben gerade erst frisch über das Thema gesprochen und ich habe jetzt nochmal nachgedacht und mir ist einfach aufgefallen, dass. Und ich möchte da nochmal, dass wir da nochmal in das Thema reingehen, weil das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig. Ich möchte nicht, dass aus meinen jetzigen Bedürfnissen irgendwann Bedingungen werden, die dann keiner von uns mehr erfüllen kann. Ich möchte mit dir hier eine Lösung finden. Und ich glaube, wenn wir uns erlauben, immer wieder in solche Gespräche wieder reinzugehen, auf beiden Seiten, dann, und uns auch immer wieder reinzufühlen und zu fragen, hey, fühlt sich das hier noch gut an, fühlt sich das hier noch fair an, dann werden viele Menschen ein viel leichteres Leben haben, weil der Chef möchte auch nicht über dich rübergehen, aber auch der ist vielleicht emotional, also der ist auch emotional gebunden, der wird vielleicht auch danach bewertet, ob er jemandem eine Gehaltserhöhung gegeben hat oder nicht. Es gibt so Sachen, wo man denkt, okay, nur weil der Chef vorne sagt, dieses Jahr gibt es für niemanden eine Gehaltserhöhung, ja okay, dann kannst du vielleicht nicht über dein Gehalt verhandeln, aber was könntest du noch alles verhandeln? Und dann hinzugehen und zu sagen, hey, ich habe es verstanden, wir können nicht über mein Gehalt verhandeln. Wie sieht es dann aber aus? Ich möchte dann halt für das gleiche Gehalt weniger arbeiten. Also es ist nichts Ungewöhnliches zu sagen, ich arbeite nur noch 80 Prozent der Zeit, aber wir bekommen 100 Prozent vom Gehalt. Ja, und das bringt mich jetzt eben auch so ein bisschen zu dieser Frage, so was ist eigentlich jetzt dieses ethische Verhandeln, was wir jetzt auch schon seit fast einem Jahr auch den Leuten beibringen in der University. Ich finde da auch einen Satz von dir sehr geil. Du sagst, du bist öfter in einer Verhandlung, als du denkst. Und ich glaube, jetzt nach knapp 40 Minuten sind sich viele bewusst geworden, so hey, verhandeln heißt nicht nur, um den Lohn zu verhandeln. Oder wir haben jetzt das Thema Beziehungen gehabt, wir haben das Thema Arbeit gehabt, aber wir haben eben auch das Alltägliche, oder so dieses, hey, was machen wir jetzt zusammen? Was ist dein Bedürfnis, was ist mein Bedürfnis? Deswegen, was lernen die Leute jetzt eigentlich bei dir, in der University und im ethischen Verhandeln bei dir? So ganz konkret. Es ist, warum habe ich, ich habe ja Ethical Closing, also ethisch verkaufen, ethisch verhandeln, ist einfach, weil das als Kontrastprogramm darstellen soll zu dem, was du bisher vielleicht über diese ganzen Themen gelernt hast. Und auch vielleicht die innere Verurteilung, die du schon dem Themengeübungen über hast, weil du dann direkt daran denkst, ja, da geht es nur darum, dass einer gewinnt und einer verliert in der Verhandlung beispielsweise. Oder verkaufen ist nur, Druck ausüben, Manipulation und so weiter und den anderen über den Tisch ziehen. Und das eine, das hat nichts mit den ursprünglichen Themen zu tun. Eine Verhandlung bist du immer in dem Moment, wenn du eine andere Meinung sogar schon hast, als die andere Person. Das ist schon eine Verhandlung. Wenn du ein anderes Bedürfnis hast, als die andere Person. Wenn du etwas, wenn du ein Bedürfnis erfüllt bekommen möchtest und die andere Person sagt nicht sofort ja. In dem Moment bist du in einer Verhandlung. Und wir verhandeln mit uns selbst sehr viel und wir verhandeln aber auch mit anderen Menschen. Und in dem Moment, wo wir häufig Dinge unbewusst machen, machen wir sie leider, weil wir sie nicht besser gelernt haben, ganz häufig unethisch. Ein gutes Beispiel ist halt eben, wenn man dann statt den Bedürfnissen Bedingungen verhandelt, wenn du nicht sofort den Müll rausbringst. Wenn wir die Beziehung nicht öffnen, dann bin ich weg. Wenn ich jetzt nicht die Gehaltserhöhung von 20 Prozent bekomme, wissen Sie was, dann bin ich weg. So, warum soll ich hier noch arbeiten? Und das sind keine Verhandlungen. Das ist keine Verhandlung. Genauso wie zum Beispiel auch eine der Sachen, die will ich auch allen Menschen mal mitgeben, die das vielleicht im Alltag machen. Achte mal bitte darauf, ob du mit der sogenannten Suggestivfrage arbeitest. Eine Suggestivfrage ist zum Beispiel, wenn man jemanden hingeht und sagt, findest du nicht auch das? Ja, findest du nicht auch, dass es eigentlich fair wäre, wenn du auch mal den Müll rausbringen würdest? Was ist das denn für eine Frage? Als wenn man darauf was hören möchte. Man will den anderen nur einen reinwürgen. Finden Sie nicht auch, dass ich ein besseres Gehalt verdient hätte? Ich habe das nie verstanden, wie man das machen kann. Das ist für mich so weird. Es ist eine Unart, die aber auch einen Teil unserer Sprache leider ausmacht. Und viele Menschen, die in einer Machtposition sind, verwenden häufig solche Suggestivfragen, die jetzt gerade am längeren Hebel sind. Und das ist wahnsinnig unhöflich, weil du willst auf diese Frage überhaupt gar keine Antwort haben. Du willst dem anderen nur einen reinwürgen und das gehört sich einfach nicht. Aber das ist halt etwas, was wir, und das ist wieder das, wenn ich unbewusst diese Themen mache, wenn ich unbewusst verkaufe, wenn ich unbewusst verhandle, dann kann es nämlich eben dazu kommen, dass ich der anderen Person vielleicht irgendwie mehr Leid zufüge, als mir das eigentlich recht ist, weil ich meine Macht ausübe, weil ich mehr Macht über die andere Person habe, weil ich vielleicht Mutter oder Vater bin, weil ich vielleicht der Chef bin, weil ich vielleicht in der Beziehung den längeren Hebel habe, weil ich weiß, die Person ist mehr into it, into it als ich. Und das sind alles so Sachen, die sind wichtig und glaub mir, für deinen Seelenfrieden ist es auch wichtig, was du ja auch gesagt hattest, so ich hatte vielleicht mehr Macht, ich habe dann mehr bekommen, weil ich besser verhandelt habe, aber es hat sich irgendwie trotzdem nicht so wohl angefühlt und erst diese Wohligkeit kam dann mit der Nachverhandlung. Und wenn wir uns so etwas eingestehen können, dann können wir bessere Verhandlungen führen und auch bessere Gespräche und schönere Beziehungen haben. Weil im Leben geht es nicht darum, ich finde es immer lustig, wenn manche Leute sagen so, ja, ich habe irgendwann, ich glaube, ich gehe ins Kloster und das ist jetzt nicht irgendwie gegen Menschen, die dann sich irgendwie komplett zurückziehen oder sagen, ich gehe jetzt in den Wald, ich will nichts mehr mit anderen zu tun haben. Cool. Ja, kannst du machen und dann kannst du all die Bücher lesen und all deine, die Books smart werden, aber du wirst aus einem Buch nicht smart. So, du wirst daraus nicht schlauer, weil erst in dem Moment, wo du jetzt beispielsweise eine neu gelernte Technik mit einem anderen Mensch anwendest, erkennst du dich erst selbst. Ja. Du siehst dich doch erst selbst, wie du dich verhältst im Austausch mit der anderen Person. Das wäre jetzt noch meine nächste Frage, weil du machst ja auch Live-Calls regelmäßig und Challenges. Also was sind so die Challenges und Fragen, mit denen die Leute jetzt zu dir in diese Live-Calls kommen? Weil ich habe mir noch keinen angeguckt bis jetzt von denen. Der letzte war wild, da ging es nämlich darum. Letzte Woche? Mhm. Da wollte die Person gerne die Beziehung öffnen und die beiden waren aber sowieso schon irgendwo in der Trennung und es war eigentlich so, auf der einen Seite war er sehr, also er hat auch gesagt, ich liebe diesen Menschen einfach, ich möchte ihn nicht verlieren, aber er hat das Bedürfnis, das zu öffnen. Mhm. So und sie hat das Bedürfnis gerade noch nicht, weil sie einfach ganz andere Bedürfnisse gerade hat, die erstmal erfüllt werden müssen und da ging es halt zum Beispiel darum und für sich hat er dann am Ende erkannt, hey, vielleicht ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt mit ihr, diese Beziehung zu führen, wenn er diesen Wunsch hat und sie daran einfach nur noch mehr zerbricht. Dann gibt es aber auch manchmal solche Fragen wie, woran erkenne ich eigentlich, also woran erkenne ich, dass da vor mir ein Experte sitzt und der will es gut, also der will mir was Gutes, so. Woran weiß ich, dass der Verkäufer da nicht einfach nur mir das verkaufen will? Woran weiß ich, dass mit der Person, mit der ich verhandle, die nicht doch eigentlich nur ihre Sachen rausholen will und mir dann irgendwelche Krümel hinwirft und sagt, dass hier solche Fragen und übrigens da zu dem ganz kurze Disclaimer oder Antwort schon an der Stelle ist, bei Geld, Gesundheit, Glück gibst du die Verantwortung niemals in deinem Leben ab. Niemals. Bei den, du brauchst ein gewisses Geldwissen. Ein Bankberater will dir nichts Gutes, ja, der will wirklich nicht beraten, das ist ein Verkäufer und zwar einer der Altenschule. Das Gleiche ist mit Versicherungen bei ganz vielen Themen, du brauchst einen gewissen Grundstock an Wissen. Wir müssen nicht down the rabbit hole gehen bei vielen Themen, aber deswegen ist ja auch bei uns die Kurse, auch bei dem Verhandelnkurs, da will ich mit dir nicht, dass du ein Top-Verhandler wirst, wenn du irgendwie ein Millionenprojekt jetzt verhandeln möchtest, dann geh bitte zu Jack Nasher. Aber wenn du einfach sagst, ich will geileres Gehalt, ich will geilere Gespräche, ich will besser Kommunikation haben, dann ist mein Kurs genau der richtige, weil ich nämlich die männliche Welt sehr gut kenne und die auch bei mir abdecke, weil ich sie wichtig finde. Wir müssen jetzt nicht alle wie Frauen reden, das ist absolut auch verkehrt, aber auf der anderen Seite zu wissen, welche Verhandlungstechniken beziehungsweise Arten, die Frauen eigentlich mit reinbringen, sind wahnsinnig angenehm und die könnte ich als Mann auch bei mir implementieren und einfach dadurch ein so easy peasy Leben haben. So, weil darum geht es am Ende des Tages, geile Beziehungen zu haben, geiles Umfeld zu haben und ich bin dafür verantwortlich, nur ich, wie mein Umfeld ist. nicht das Umfeld ist verantwortlich, wie es ist, sondern ich habe es ausgesucht. Ich kann meine Eltern nicht aussuchen, so, ich habe Glück gehabt und gleichzeitig aber ich kann mir mein Umfeld aussuchen. Und das war jetzt übrigens ein gut gemeinter Pitch. Also auch hier nochmal von mir, ich bin ja auch Teil der University, wir machen ja eigentlich fast Ähnliches. Bei mir ist es noch ein bisschen mehr spezifisch auf das Beziehungsthema und Intimität und Verbundenheit, aber es ist wirklich so, auch das, was ich die letzten Jahre lernen durfte durch Chain is Life, durch meine Weiterbildung, das habe ich alles in die University mit einfließen lassen und das sind wirklich Return of Investments in der ersten Woche schon garantiert. Also ob du jetzt mehr Geld verdienst, weil du besser verhandelt hast oder dich einfach entspannter fühlst. Bei Christian lernst du das Thema investieren und wirklich auch Geld in deine eigene Verantwortung zu nehmen. Das Thema Gesundheit gehe ich jetzt auch immer mehr an mit Embodiment, vor allem auch die mentale Gesundheit. Also da kriegst du wirklich für 59 Euro im Monat oder 499 Euro im Jahr Bildung, die befreit. So, und jetzt Pitch Ende. Ich würde jetzt trotzdem nochmal gerne, weil jetzt haben wir viel über so Männer, Frauen gesprochen, das ist ja immer so ein bisschen polarisierend. Deswegen vielleicht nochmal so abschließend so, was können jetzt ganz speziell Männer von dir lernen in diesem Kurs? Die Softfront und auch den, eigentlich alles, eigentlich genau das, weil manchmal fehlt ihnen auch dieses Weiche und manchmal sind sie auch zu weich. So, und diese, die Mitte zu finden. Die Mitte. Die Mitte zu finden, ohne dich zu verstellen. Weil wenn jemand einfach einen eher, also Christian ist ja auch keiner, der auftritt und so, also der würde man auch, also er ist eigentlich eher soft, aber er hat eine extrem harte Front. So, manchmal, wenn es in Verhandlungen halt, wenn es um Verhandlungen geht. Und wenn du halt auch merkst, dass wenn es dir um etwas Wichtiges geht, dass du voll in die Härte gehst und dich auch zum Beispiel in einem Streit innerlich von deinem Partner wie trennst, also dich abtrennst, auch im Business, ganz wichtig, ja, und merkst du, da findet innerlich eine Trennung statt, dass du lernst, dich dann wieder mit dir zu verbinden. Wow, geil. Ja. Das ist ein krasses Learning, ja. Genau. Scheiße. Und dann gleichzeitig, aber auch die andere Person zu erkennen und auch ihr zu helfen, weil manche Menschen haben keine Ahnung über ihre Bedürfnisse. Ja. Und es ist nicht an dir, aber mit dem Finger auf die Person zu zeigen und zu sagen, du hast das und das Bedürfnis und deswegen reagierst du gerade so, sondern bitte, das sind auch alles, also das ist das Allerschlimmste, was wir machen können, jemand anderes in eine Schublade stecken und trotzdem bringe ich dir bei, Menschen ein wenig, ein wenig leichter einzukategorisieren, aber bitte ohne die Schublade zu schließen, weil wir müssen manchmal, manchmal gibt es so Menschen, wir würden uns denken, sag mal, was ist das eigentlich für ein Affe oder was ist das eigentlich so, wieso ist der immer so zurückhaltend, warum kann der nicht mehr endlich sagen, was er will, das nervt mich total oder warum sagt diese Person immer, was sie will, das finde ich unmöglich, und dass man nicht mehr das Gefühl hat, andere Person ist ein Störenfried, sondern einfach zu sagen, ach, das ist ein Teil seines Charakters und das ist voll der geile Anteil, die der Person hat, aber wenn ich auf der anderen Seite vom Spektrum stehe, dann kann ich die Person einladen, weil ich weiß und sagen, so komm ein bisschen mehr auf meine Seite. Ja. Wenn ich der weiche Part bin und da sitzt jemand vor mir, der so richtig vorprescht und gewinnen will und ja, dass du das mit Humor siehst und anerkennst und sagst, hey, ich sehe, dir geht es hier wirklich darum, hier schnell eine Lösung zu finden, aber ich brauche ein bisschen, so komm in meine Welt rein. Und wenn wir lernen, die andere Person liebevoll abzuholen, da wo sie ist, ohne sie zu bewerten, ohne ihr irgendwas aufzusetzen, wie sie sein soll oder was auch immer, sondern sie einladen, in deine Welt zu kommen, dann wirst du plötzlich was über die anderen Menschen erfahren, das glaubst du gar nicht und eine intensive Verbindung eingehen mit deinem Partner, deiner Partnerin, die vorher nie da gewesen ist. Weil das Schlimmste, was wir machen, ist, dass wir die anderen Personen oder die Personen in unserem Leben für selbstverständlich sehen. Sowohl auf der Firma als auch eben im Privaten. Und da fängt es nämlich an, dass wir nicht mehr nachfragen, dass wir nicht mehr verhandeln, sondern nur noch über Bedingungen sprechen. Ja, ich würde sagen, das hast du jetzt sehr gut auch auf, also ich unterschreibe das, was du jetzt gerade gesagt hast, als Mann. Bei mir war es wirklich so früher, ich glaube, deswegen hatte ich auch ein paar richtig fiese Fails im Business, da habe ich wirklich durch Verhandlungen, die nicht so gelaufen sind, wie ich mir das vorgestellt habe oder eben auch durch Verhandlungen, die dann in, man nennt das ja dann eben auch Manipulationen geendet sind, wenn die andere Person dann einfach Geld dir stiehlt, dann weißt du, etwas ist richtig schief gelaufen. Oh mein Gott, ja. Also nicht nur in der Verhandlung, sondern auch mit der Person an sich, aber das ist ja auch, oder zum Beispiel den Partner betrügen, das ist ja, ich habe die Verhandlung nicht gewonnen oder ich kann das nicht kriegen und ich lüge jetzt, um sozusagen die Realität der anderen Person zu kontrollieren und zu hoffen, dass sie mich nicht beeinträchtigt. Und ich kann sagen, dass ich wirklich da zum Teil Feindbilder in meinem Kopf kreiert habe. Also ich habe das Gefühl gehabt, die andere Person ist gegen mich und ich habe komplett die Verbindung verloren. Und das wirklich so zu lernen jetzt die letzten Jahre, das war fucking wichtig für mich. Also nicht finanziell nur, sondern auch menschlich. Ja, deswegen jetzt vielleicht noch, um den Spieß umzudrehen, was können speziell Frauen von dir lernen? Und hier noch ein kurzes Fun Fact oder Fun Verschwörungstheorie, die ich gestern gelernt habe. Willst du hören? Ja. Über Feminismus. Oh bitte. Weißt du, wer den Feminismus erfunden hat? Und warum? Ich habe mal gehört, irgendwie meinst du das mit dem Staat, dass der das gemacht hat, damit die Frauen auf den Arbeitsmarkt kommen? Ja, und mehr Steuern. Mehr Steuern irgendwie so. Ja, also im Sinne von, die Elite hat den Feminismus erfunden, damit die Frauen auch arbeiten und man jetzt doppelt Steuern kassiert. Ja, das habe ich auch. Das ist ziemlich alt, muss ich sagen. Okay, habe ich noch nie gehört. Ja, das kenne ich. Das kenne ich sehr gut. Also das habe ich schon mal gehört vor zehn Jahren von meinem Bruder. Und da habe ich gedacht so, what the fuck? Und I don't know. Ich meine, bei Verschwörungstheorien, I don't know. Ich gehe da nicht rein, weil ich mir denke, okay. Könnte sein. Nur das Ding ist halt, vielleicht auch nochmal für alle spannend, wenn du dich, manchmal gibt es so diese Unterschiede, Frauen, Männer und so weiter und so fort. Es gibt aber sehr spannende Studien über Gehirne und da wollte man herausfinden, gibt es einen Unterschied zwischen dem männlichen und weiblichen Gehirn? Das männliche und weibliche erwachsenen Gehirn, die unterscheiden sich schon in den Strukturierungen und so weiter und so fort. Aber die Gehirne an sich, wenn beide gleich erzogen worden wären, würden sich sehr wahrscheinlich nicht so sehr unterscheiden, wie man denkt. Das männliche Gehirn ist einfach nur schwerer, das macht ihn aber nicht unbedingt intelligenter, das wissen wir aus persönlichen Erfahrungen, das wissen wir aber auch, weil, nur weil ein Tier ein schwereres Gehirn hat, sind sie nicht unbedingt intelligenter. Also da gibt es keine Koalition und auch keine Kausalität so in den Bereichen. Genau, also an sich gibt es nicht so große Unterschiede zwischen uns Frauen und uns Männern. Es gibt sogar innerhalb der Gruppe Frauen und innerhalb der Gruppe Männer größere Unterschiede, als wenn man einfach beide Gruppen Männern und Frauen vergleicht. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir Frauen halt einfach dank unserer Erziehung bis heute eigentlich immer gelernt haben, nicht zu verhandeln. Dass uns das gar nicht beigebracht wurde, weil Männer verhandeln auch viel Status und so weiter und das haben Frauen alles einfach nicht. Und sie gehen halt immer rein und denken, wenn ein Mann, und ich wurde auch so erzogen, mir sagt, es gibt hier nichts zu verhandeln oder auch eine Frau, die halt mir vorgesetzt ist, dass ich gesagt habe, okay, dann gibt es hier nichts zu verhandeln. Genau, das habe ich auch oft gemerkt. Also auch, ich merke das auch heute noch, da gibt es immer eine Situation, dass du gar nicht verstehst, dass selbst hier ein Verhandlungsspielraum besteht. Ja, das ist mega fies. Und das waren meine grausamsten Learnings überhaupt, weil ich die ersten fünf bis zehn Jahre in meinem Berufsleben einfach immer geschluckt habe und gedacht habe, ach so, ja, okay, dann gibt es ja nichts zu verhandeln. Und so denken immer noch viele Frauen und sie verhandeln immer viel zu wenig. Und was Frauen fehlt, ist Netzwerk. Frauen reden zwar viel untereinander, aber nicht manchmal über die Dinge, die wirklich relevant sind. Und zwar red man mit Freundinnen über deinen Gehalt. So, was verdienen die eigentlich in ihren Positionen? Und fang auch, dich mit Männern an zu befreunden, um herauszufinden, nicht on purpose bitte, um herauszufinden, was die verdienen. Meistens kann man Männer das fragen, auch das wird ja mehr offener in unserer Gesellschaft, Gott sei Dank. Aber mal für dich Feldstudien zu machen, so, was verdienen eigentlich andere in diesen Positionen? Bekomme ich überhaupt das richtige Gehalt? So, und dann wirklich hinzugehen und zu lernen und dann auch wirklich einzustehen und nicht einzuknicken, weil Frauen sowohl als auch Männer stehen vor dem Dilemma, nicht verhandeln zu wollen, weil sie Angst vor der Beziehung zu der anderen Person haben, dass sie danach nicht mehr so gut ist, dass die Harmonie gefährdet ist. Ablehnung, ja. Ablehnung, Streit, ne? Also Männer haben da auch häufig keinen Bock drauf. Die haben auch Angst vor Ablehnung, die haben auch Angst vor Streit. Nur im beruflichen Kontext ist da irgendwie mehr was von Gewinnen. Und deswegen im beruflichen Kontext trauen sich Männer häufig mehr, Frauen aber nicht, weil sie ihnen nämlich die Verbindung zu anderen Personen wichtiger ist, als halt jetzt hier das Gehalt. Und deswegen ist es wichtig, der Strong Back, bleibe bei deinen Bedürfnissen. Und das lernen sie halt von mir. Genau, das lernen sie von dir und eben auch das Netzwerk. Auch das haben wir bei uns in der University. Also das heißt, wenn du dich einklinken willst und über das Thema verhandeln, da mehr erfahren möchtest, auch mit Leuten in Kontakt kommen möchtest, die es vielleicht schon gemacht haben, das bieten wir dir. Wir machen auch unser erstes Live-Event im Sommer in Berlin. Das darf ich jetzt, glaube ich, auch ankündigen. Das heißt, da hast du auch die Möglichkeit, wenn du Teil der University bist, da dabei zu sein, sofern es noch Tickets hat. Das kann ich jetzt nicht garantieren. Und das ist auch, Ja, also eben, das ist mega geil, dass du das bei uns auch teachst, dass du da auch alles reinsteckst. Vielleicht noch so die Abschlussfrage, die mir jetzt gerade so ganz spontan in den Sinn kommt. Gibt es irgendeinen Bereich oder irgendwas, wo du sagst, das ist nicht verhandelbar? Da habe ich keinen Bock zu verhandeln. Ich persönlich? Ja. Nee, das würde ich, also ich würde nie so krass pauschal sein. Ich bin immer offen, wieder neu reinzugehen. Ich glaube, auf persönlicher Beziehung zum jetzigen Zeitpunkt kommt für mich zum Beispiel so Öffnung der Beziehung nicht in Frage, weil halt einfach das nicht zu meinen persönlichen Werten und Bedürfnissen passt. Aber wie gesagt, ich kann nie in die Zukunft schauen und sagen, okay, aber ich glaube, dass wenn wir uns immer neugierig, und das ist die richtige Haltung, wenn du eine Haltung haben möchtest, dann ist die Haltung der Neugierde, immer wieder auch mal herauszufinden, möchte ich noch bei meinen Positionen und Interessen bleiben? Oder gibt es vielleicht eine Welt, die für mich auch spannend sein könnte, anders sein könnte und mich mehr solche Sachen zu trauen? Wir müssen nicht direkt bitte irgendwie unsere Beziehung öffnen, dann da erstmal andere Sachen machen, aber wir können ja auch im Kleinen schon mal herausfinden, lohnt es sich vielleicht mal ein bisschen von manchen Sachen abzurücken und ist da etwas zu entdecken, was mir bis gestern noch nicht klar war. Und deswegen, wenn wir in der Haltung immer reingehen, auch der anderen Person gegenüber, Verbundenheit, Neugierde, Freude, Lösungsorientiertheit, dann wirst du immer geile Gespräche führen und auch gute Warnungen haben. Danke für das Gespräch, Susanne. Sehr gerne. Bevor du jetzt gehst, habe ich noch eine Frage an dich. Hand aufs Herz. Wie frei bist du wirklich? Und wenn du jetzt auf diese Frage keine genaue Antwort hast oder vielleicht sogar zweifelst, ob du wirklich frei bist, dann möchte ich dir jetzt unseren neuen Freiheitstest empfehlen, mit dem du in drei Minuten für dich persönlich rausfinden kannst, wie frei du wirklich bist und zwar auf fünf verschiedenen Säulen der Freiheit. Das Einzige, was du dafür tun musst, ist jetzt unten in der Beschreibung oder in den Shownotes auf den Link zu klicken oder uns direkt auf chainislife.com slash freiheitstest zu besuchen und dort dir drei Minuten Zeit zu nehmen, uns ein paar Fragen zu beantworten. Du hast danach nicht nur dein 100% individuelles Testergebnis, welches dir auch direkt mehr Klarheit gibt, sondern du hast auch ein paar Handlungsanweisungen für uns in jedem einzelnen Bereich, was du tun kannst, um ein kleines Stückchen freier zu werden. Und was ich auch noch habe, ist eine kleine Überraschung, aber die verrate ich dir jetzt nicht. Deswegen besuche uns gerne chainislife.com slash freiheitstest und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich. Bis dahin, dein Mischa. Peace out. Bis dahin, 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 bis dahin,